Wer sind die? Wer sind die? Das sind Aliens! Unzivilisierte Aliens! Aus der unzivilisierten Zukunft! Die wollen uns töten! Unsere Frauen rauben! Und unsere Edelmetalle! Die ist so offen, Mäut! Und halte Abstand von der Fuße deines Konigs, klar! Psst! Wir verstecken uns! Und seite bitte ganz still! Michi inklusive! Psst! Wer machte da so viel Larm? Oh, das bin ja ich hier gewesen. Auf! Schlaf zu! Aufhören! Schluss! Du hast sie erwischt! Ich glaube, du hast es los. Jetzt bitte nicht stoppen! Ist die immer noch auf mir drauf? Das sind ganz, ganz wilde! Heute Nacht müssen wir sterben! Die Fuße! Ich habe dir gesagt, ich sage andauernd, ich habe allen gesagt, habe ich euch nicht wegen die Fuße gewarnt? Er hat dich wegen seiner Füße gewarnt! Moment! Ich habe eine Plage! Ach echt? Ich habe eine ausgefuchste Teste erdacht, um festzustellen, ob das wilde Killer sind! Okay? Okay? Oh! Okay! Er ist sie groß corporations. Keep dasaçãohör. Vielen Dank.